Airspiele Junge Hahahaha mehr Spieler Spielhorst Junge, ich kann nicht aus dem Game tabben Ich muss kurz tanzen, alter Ich nehm das als Intro Warte, ich shake den Booty Warte, ich bin nicht im Game drin Ykshak'st du ihn auch Okay, warte. Ich dachte, du kannst ihn im Game shaken. Nein, ich shake ihn und camp. Ach so, nee, wenn ihr Booty shank sehen wollt, müsst ihr bei D-Dogs reingucken. Das mach ich nicht. Oh, yes. Alter. Kaffee, bist du voll. Ja, Junge. Willst du den Leuten kurz erzählen, was wir spielen? Wir spielen Pat. Warte, ich will den Button. Warte, nein, ich will den Button. Warte, was müssen wir überhaupt machen in dem Spiel? Was denn? Wix, kannst du das lesen? Ja, ja. Wow, die Musik hat sich geändert. Ey, Bock auf eine Runde Bierpong? Come on, man. Ja, Mann. Ja, warte, warte. Geht das? Wie kann ich das aufheben? So. Jetzt, komm, auf geht's. Alter, du bist... Oh, mein Gott, Alter. Sorry, sorry, war nicht so gut. Okay, wie mach ich das? Warte, ich werf nochmal. Hä? Warte. Oh, der war voll schlecht. Aber wie nehm ich das? Mit E. Drück auf die Knochen. Ah, warte, warte, warte. Jetzt pass auf, ich bin der Party-Profi, Mann. Werf. Oh, Mist. Voll schlecht, Mann. Ich bin dran. Nee, gar nicht. Nix gibt's. Hat der getroffen? Nein, hat er nicht. Mann. Warte, 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 warte. Oh. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Warte, ich bin nochmal dran. Okay. Wow. Den musst du trinken. Trink den. Trink den Hügel, das ist schon richtig schlecht vor dem Bier. Uuuuuh. Uuuuuh. Kann ich nicht. Ich will auch einmal, ich will auch einmal rein, ich will hier auch einmal reinlunzen. Komm, 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 komm. Oh, zu weit, zu weit. Mann, Alter, was soll denn das? Warte, hier, warte, ich will nochmal, ich will nochmal. Nein, ist verboten. Fast. Ey, wo ist mein Ball hin, Alter? Weiß ich nicht. Mein Ball ist weg. Hier ist dein Ball, Alter. Hier ist er, hier ist er. Warte, ich werfe nochmal. Hier ist dein Ball. Wirf den Ball. Boom. Der Allerechte. Hier. Hat er getroffen? Wir müssen Werkzeug holen. Wir müssen Werkzeug holen. Nimm dein Werkzeug jetzt hier. Warte, warte, wir müssen erstmal, warte, die Zuschauer wissen ja noch gar nicht, was wir machen müssen. Wir spielen Panic Core, wir müssen Bälle in den Pappbecher werfen. Tulfa hat einen langen Rüssel mal zwei und wir gehen jetzt los. Was sind die denn hier? Sind das Zombies? Das sind Monsters. Yo, guck mal, das ist Ulrich. Was ist das? Dem kannst du so einen richtigen Slap geben, Mann. Ist das scheiße? Okay, was muss ich machen? Okay, ich hab Werkzeug. Ihr Werkzeug jetzt? Gut, wir müssen los. Wir müssen irgendwas holen. Wir müssen irgendwas holen. Komm hierher. Komm hierher. Komm, ich fahr das Auto runter, Mann. Jetzt geht's ab. Also wir müssen irgendwo reingehen und wir müssen überleben. Und wir müssen, ne? Genau. Forscher, den Ort betreten. Stellen Sie fest, dass etwas nicht normal ist. Hallo. Hier ist Halberne. Hallo. Kurz darauf werden Sie von einem Tier gesnackt. Bleiben Sie mal kurz stehen. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Kfz-Versicherung reden. Bei uns können Sie bis zu 100 Euro sparen. Oh, wirklich? Oh, das würde ich aber gerne in Anspruch nehmen. Nimm die Taschenlampe jetzt, Mann. Ja, ja, ja. Und die Tiere können uns auch hören und sehen. Okay. Hallo. Du sollst doch nicht so langsam. Hallo. Was müssen wir überhaupt machen? Bro. Bleib mal stehen. Komm mal kurz mit. Oh. Oh. Ja, Bro. Ich hab dir gesagt, du sollst ruhig sein. Du sollst deinen Maul halten, hab ich gesagt. Hier ist eine Kettensäge. Eine Säge, meine ich. Ja, dann nimm die. Dann nimm die. Wo? Guck mal. Halt mal deine Hand still. Ja, warte. Ich brauch noch eine Hand. Warte kurz. Bleib still stehen. Ich brauch eine dritte Hand. Moment. Halt nicht schreien, bitte. Ah! Wir müssen Türen öffnen. Du kannst die Tür nicht öffnen. Etwas blockiert den Weg. Psst. Ach, du bist das. Oh, ich hab schritten. Okay, da ist es. Oh, es ist hinter dir. Ah! 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 Oh, oh. Oh, oh. Hallo? Hallo, Tüffles? Tuffli Tuffli Pupp Puppli Tuff Tuffli Puppi Tuffli Puppi Tuffli Tuffla Tuffla Bist du dort? Tuffla Bist du dum? Hallo Ist der Bruder disconnected? Tuffla Nö Ich hab keine Ahnung, man I don't know What he is doing Ich brauch etwas, um die Kabel zu schneiden Tuffla Ich weiß nicht, was du machst, ne Aber ich bin hier gerade Auf dem Weg Die Dinge In die Hand zu nehmen Akten 1 von 8 Alright Der einzige Weg raus ist der Tod Oh gut, alles klar Weiß ich auch nicht Tuffla und ich Die absoluten Teamplayer Okay, ich hab hier Ich hab hier 1000 Ziegelsteine Okay, zwei Akten Oh, ne Sicherung Oder ist das nur so ein Ist das ein Lightstick? Ja, das ist ein Lightstick Okay Tuffla, wo bist du? Tuffla Anders Hallo Tuffla Wo bist du? Keine Ahnung Wo bist du? Ich bin In so einem Bist du über mir? Ich glaube, ich bin unter dir Kann auch sein Warte, ich komm runter Okay Junge Hi Ja, sag mal Ich hab dich schon vermisst Ne, ich hab Angst gehabt Bin weggerannt Hey Was soll das denn? Ich hab dir einen Ziegelstein In die Fresse geworfen Weil du einfach weggegangen bist Oh man kann gar nicht in den Keller Ich hab so einen Pfeil gefunden Du auch, ne? Ne Akte, ja Was muss man hier machen? Ja, wir müssen Sachen sammeln Müssen unten den Sicherungskasten anmachen Und Aha, gut, dass wir darüber gesprochen haben Wir müssen hier irgendeine Untersuchung leiten Wir müssen Schlüssel suchen und so weiter So direkt der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen, ne? Ja, wir müssen Sachen sammeln Müssen unten den Sicherungskasten anmachen Und Wieso höre ich mich doppelt? Oh, 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 oh Was ist das denn? Was ist er denn? Ich dachte, du bist es Ne, man Ich dachte mir Was steht da neben mir und redet wie ich? Äh Was ist das für ein Psychosengame? Alter, ich hab mich übel erschreckt Ich wollte dir gerade sagen, dass da hinten jemand im Bad gurgelt Und dann war Pst, 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 pst Pst, pst Äh, äh Okay, gehen wir Warte mal Ich versuche dem, den Ziegelstein in die Fresse zu werfen Du musst leuchten Ah, nein, falscher Weg Julfi Hallo Kommen Sie raus mit erhobenen Händen Er ist weg Okay, warte mal, was ist das? Oh, das ist die Exit-Tür Das sieht, das sieht Das sieht aus Hier, hier in dem Raum googelt jemand Und wer? Ja, das ist das Vieh unten Das ist das Vieh unten Ach, ist der unten? Ja, der ist unten drunter, der Otto So Der ist unten drunter Okay Wo sollen wir denn jetzt noch mehr Files finden? Wir haben ja erst zwei Ja, ja, also irgendwo Also wir müssen uns vernünftig umsehen hier Und wir müssen vielleicht eine Sicherung auch finden Ja Maybe, baby Schau mal da Was ist das? Nichts Okay Oh, er kommt Wo? Wo denn? Tjulfi Mann, wo ist er denn jetzt wieder hin? Alter Tjulfi Oh, oh Tjulfi Wo bist du? Du verarschst mich doch Tövfler? Wie bist du da reingekommen? Wo rein? Da, wo du da drin bist Wo bist du? Ich bin unten Unten Okay Ich suche Schlüssel und sowas Ich habe Seil gefunden und einen Hammer Wir müssen irgendwas Hi Wir müssen irgendwas hier machen An diesem Ding hier Man kann Schränke öffnen, ne? Wusstest du da? Nein Ich habe Motoröl gefunden hier Oh, nice Ich habe Motoröl gefunden Ja Und nochmal Motoröl Der allerechte Motorölfinder Warte, dann schaue ich oben nochmal Dann gucke ich oben mal Okay, tschüss Tschüss, ciao, ciao Das Vieh hört sich so ungesund an, Mann Warum habe ich ein Glas eingesammelt, Alter? Eine Säge habe ich auch Aha Wofür braucht man eine Säge? Eine Säge habe ich hier Ich hab... Ich hab ein Holzbrett. Wofür? Ah! Ah! Hilfe! Tschülfer! Tschülfer! Ah! Ah! Alter, was ist das für ein kranker Shit, dieses Game? Tschülfer! Fuck my life, Alter. Fuck my life. Tschülfer! Tschülfer? So? Hilfe, was machst du? Wo bist du? Hier. Hast du Stecker gefunden? Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab zwei Holz... Ich hab ein Holzbrett. Wir brauchen noch... Wir brauchen drei Bretter, dann können wir abhauen. Okay. Ich hab unten ein Rezept gefunden. Wir brauchen Seil und drei Bretter, dann können wir eine Leiter bauen und abhauen. Das ist das Tutorial-Level, ne? Was wir hier grad spielen? Ja. Ja, ist ja perfekt. Super. Wir sollten mehr zusammenbleiben. Ich hab Angst. Ich hab ein Kotwürstchen. Ich hab ein Kotwürstchen in der Hose. Okay. Wir müssen noch mehr Bretter finden. Ja. Eins hab ich... Hier, komm mit mir mit. Komm. Komm. Aha. Guck hier. Guck da. Da. Ah. Ich hab das Seil. Ich hab das Seil. Okay. Ich hab das Brett. Okay. Gut. Ah, mit einer Säge. Warte mal, eine Säge hab ich auch? Ich hab auch. Achso, eine. Okay. Was siehst du jetzt? Jetzt haben wir noch drei. Oh, guck. Oh, okay. Gut. Wir müssen aber drei Bretter zersägen. Meinst du? Ja, stimmt. Ja, er stand da gerade. Okay, aber du hast ja auch noch eins. Nein, ich hab ein Seil. Achso. Ich hab einen Schlüssel. Geil. Komm mit, komm mit, komm mit. Dann los. Komm mit, komm mit. Der ist oben. Ja, okay. Dann lass hier hinten reingehen. Welche Tür ist er denn? Keine Ahnung. Okay, etwas blockiert sind. Ja, müssen wir mal testen jetzt. Ah, hier ist ein Sicherungskasten. Ja, ja, ich weiß. Test mal da hinten eine von den Türen. Aber da ist doch alles offen. Achso, ja, okay. Dann hoch. Jo. Hoch, hab ich gesagt. Ja. Ich geh ja hoch. Okay. Die Tür? Hm. So, Leute. Leider ist bei mir das Video hier abgebrochen. Das heißt, wir sind jetzt schon im Krankenhaus. Bei Tjulfa seht ihr auf jeden Fall mehr, wie wir das geschafft haben. Aber jetzt bin ich hier erstmal im Krankenhaus und ich hab Tjulfa verloren. Also wir sind jetzt hier im nächsten Level. Und ja, ich hab keine Ahnung, äh, wo der Dummdödel hier schon wieder rumeiert. Tjulfa! Tüffler! Hallo? Da ist der Exit. Okay, da muss ich auf jeden Fall nicht hin. Ich muss irgendwo nach oben. Tjulfa! Okay, er sammelt fleißig. Er ist also noch am Leben. Im Gegensatz zu mir. Ich eier hier rum die ganze Zeit und... Und hab keine Ahnung, wohin. Okay, hier ist ein Medkit. Das ist schon mal gut. Hier ist Blut. Das ist, ähm, nicht gut. Ist hier irgendwas? Ja, da ist nichts. Warte, warte, warte. Ist hier was? Yes, sir. Tüffles! Der ist bestimmt oben, der Bro. Nee, ich bin hier. Wo? Hier. Ich hab dich grad die ganze Zeit gesucht. Ja, ich hatte technische Probleme. Ich hab festgestellt, dass mein Mikrofon-Sound seit einer halben Stunde nicht aufgenommen wird. Quatsch! Ja. Also, ich hab zu den Leuten schon grad gesagt, die müssen jetzt zu dir gucken, weil bei mir ist es jetzt so, dass wir jetzt quasi im Krankenhaus weitermachen und vorhin in der Mitte drin ging nichts mehr. Oh mein Gott, okay. Schau mal lieber bei dir, weil das Game hat scheinbar mein Mikrofon gecappt. Ähm, ganz so... Nee, nee, mein OBS nimmt mein Mikrofon auf die ganze Zeit schon. Ja, okay. Sehr gut. Bei mir nicht. Ist das richtiger Ass. Junge, ich war schon auf drei verschiedenen Stockwerken gefühlt. Ja, und was ist da jetzt? Wie... Weißt du, wie wir rauskommen? Nö. Okay, nice. Ich hab noch kein Rezept, nix gefunden. Okay, ich glaub, wir müssen vielleicht hier irgendwo gucken, oder? Wie wir... Warte mal, hier ist ein Radio. Ja, einen Helikopterschlüssel hab ich. Oh, guck mal. Aha. Okay, also Aufzug oder Helikopter. Nehmen wir den... Ja, ich hab nen Helikopterschlüssel. Ja, Alter, wir fliegen natürlich mit dem Helikopter weg, ne? Badass. Und ich hab auch schon... Ich hab schon den Notfallknopf für Aufzug gedrückt. Wenn du Tab drückst, steht's unten. Ja, genau. Den hab ich eben auch gefunden. Guck mal, bei mir, ich hab gar nix gemacht. Ja. Aber was... Perfekt. Aber was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Aufzüge hab ich eben schon einmal gefunden, ein paar. Aber keine, die gehen. Nur... Was ist das? Keine Ahnung. Ich nehm mal hier den Erste-Hilfe-Kasten noch mit. Äh. Hier, das hier war der Notfallknopf. Ah, ich hab noch mehr gefunden. Für den Helikopter. Nice, bro. Cool, cool, cool. Okay, du hast die Schlüssel. Du hast den Notfallknopf für den Helikopter. Okay. Und dann, ähm... Müssen wir jetzt nur noch irgendwie zum Aufzug und dann nach oben. Die Frage ist halt... Äh, warte mal. Hier ist... Nee. Komm. Ja, ja, ja. Ich will dich nie wieder verlieren, okay? Ich will nicht. Das ist ganz schlecht. Ja, irgendwo hier sind... Waren Treppen. Warte. Irgendwo hier... Waren Treppen. Ja, hier sind ein paar Aufzüge. Für... ...und zwei Deppen. Ja, nur einer von denen geht. Nur einer von denen geht. Also es gibt mehrere. Die gehen nicht. Okay, was ist hier? Vier? Hier ist... Hier kann man noch aufmachen. Entschuldigung. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ja, ja, hier. Hier, 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 hier. Hier konnte man aufmachen. Ach so, okay. Bad Kit. Aber wir brauchen entweder Treppen oder funktionierende Aufzüge. Okay, ja, dann Treppen, ne? Oder? Und da ist er wieder weg gewesen. Schlüssel. Entschuldigung, hier ist noch für einen Schlüssel. Bro, da hinten ist noch... Du hast einen Schlüssel, oder? Du hast einen Schlüssel, oder? Ich hab einen Helikopterschlüssel. Ah, okay, aber sonst keinen. Alter, wie viele Mad Kits sind hier? Ja, sind ein paar. Nimm noch eins mit. Okay, dann... Da vorne ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Alter, warum bist du so schnell? Hast du Stamina dir in den Arsch geschoben? Oder was ist da passiert? Nö, ich laufe einfach nur. Okay. Wo waren denn noch Treppen, Mann? Ich bin doch eben von hier... Ich bin eben Treppen runtergekommen. Orientierungstüffles. Ja, ich war nach dir am Suchen. Ich hab nicht so drauf geachtet, wo ich langlaufe. Oh, er hat mich gesucht. So ein Süßi. Du Süßer, du. Hier nicht. Hier auch nicht. Hä? Hast du gerade einen Stein nach mir geworfen? Nein, würde ich nie tun. Okay. Niemals, nie. Würde ich dich auch nur im Ansatz verletzen. Hier sind wir gestartet. Aber irgendwo ging's doch vorhin hoch. Bin ich dumm? Ja. Verändert sich das hier? Oder? Nee. Ich hoffe nicht, Mann. Also, warte mal. Also, wir sind hier lang. Und dann waren wir doch hier gestanden. Nee. Jetzt bin ich auch lost, glaube ich. Lost in the paradise. Warte mal, ich bin hier lang gelaufen. Hier. Hier. Ah, okay. Warte mal, warte mal. Was ist unten? Keine Ahnung. Gehen wir mal kurz runter. Kannst ja runtergehen, wenn du willst. Okay, unten ist nichts. Ist runtergegangen? Unten ist nichts. Bist du runtergegangen? Ja, unten ist nichts. Unten ist gar nichts. Hätte ich dir auch sagen können. Also. Du, Otto. Das schaut ungesund aus. So. Wir suchen nochmal nach Fahrstühlen hier oben. Mhm. Oder ob... Junge, Ebelhikopter. Ebelhikopter? Da ist das Vieh! Oh ja, ich hab's gesehen. Schaut sehr ungesund aus. Warte mal, hier. Hier ist eine Tür. Ich versteck mich. Hab Angst. Es kommt. Ja. Okay. Ich bin unbesiegbar. Da ist wieder so ein Typ, ne? Tüffler? Tüffler? Oh Gott. Julfa. Wo bist du? Warte so ein schönes Typ. Hallo? Ja, aber wir brauchen erst Benzin und einen Akkuschrauber. Ja, hier hinten. Aber ich habe nur das hier. Einfach eine Kreissäge, oh mein Gott. Also wir brauchen Benzin und ich habe auch den funktionierenden, bist du gerade da runtergesprungen? Ich habe auch den funktionierenden Fahrschlug gefunden. Ah, okay. Ja, dann können wir, achso. Dafür brauchen wir aber auch den Akkuschrauber. Yo, du bist hier der allerechte Profi in dem Game, ich seh's schon. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist, oh der kommt irgendwo, der kommt irgendwo. Hier guckt, ne, hier brauchen wir noch so eine Rohrzange. Oder? Und den Akkuschrauber brauchen wir. Ja, okay, gut, dann lass mal den Eko-Eko-Schrauber, lass mal den Eko-Schrauber suchen. Wofür? Wofür braucht man Glas, Alter? Wo würde ich Benzin verstecken? Und einen Akkuschrauber. Ja, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was? Oh, oh. Der kommt. Er stand da einfach. Ich kann nicht mehr. Bro, wir brauchen noch Schlüssel. Das Vieh ist richtig dumm. Wo bist du? Hinter dir. Was soll der Scheiß denn? Das Vieh ist richtig dumm. Okay, gut. Der steht da drüben vor so einer verschlossenen Tür. Ja, immerhin. Immerhin ist er dumm. Das verschafft uns ja einen Vorteil. Also, wo würde ich einen Akkuschrauber und Benzin verstecken? Es gibt einen Raum unten, wo wir rein müssen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Ich weiß, wo der ist, aber wir brauchen halt erst einen Key. Das ist halt... Schlüssel ist... Hä? Oh, oh. Hier ist zu. Oh, shit. Renn, Bro. Oh nein. Warum ist er jetzt hinter mir? Warum ist er... Oh, ich bin tot, ne? Ja. Julfa! Hallo! Sei! 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 Ah, da kommt der hier rein, der, ne? Alter, ist das eine Psychose, dieses Gelben. Junge, das Vieh ist richtig dumm. Er traf gar nichts. Es passt zu mir. Guck. Guck. Wo ist er? Da. Passt zu mir, das Vieh. Guck mal, ich glaube, der hat Arthritis oder so. Schau mal, wie der den Ellbogen hält. Furchtbare Schmerzen. Ein Klumpfußer da auch. Ich kann das alles nicht mehr. Sir. Sir. Beleben sie mich. Geht's ihnen gut? Was macht er denn da? Oh! Gejukt! Nein! Lol, Alter. Lol, Alter. Er ist einfach gestorben. Holy Lord. Junge, die armen Zombies. Das kann man hier noch so machen. Warum sind die eigentlich Waffen, wenn wir die nicht benutzen können? Das verstehe ich nicht. Oh, warte mal. Können wir hier... Können wir hier Dings spielen? Können wir hier Billard spielen? Man kann Darts spielen. Was kann man? Darts. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hab keine Lust mehr. Ja, Leute. Das war's für das Video. Tschüss. Das war's für Panic Call. Tschüss. Tschüss. Tschüss.